Ja, hi YouTube! Ich habe mein Kanaldesign neu gemacht. Ja, ich habe hier mit meinem Fotobearbeitungsprogramm einfach mal Sachen ausgeschnitten aus Screenshots und mein Skin. Zum Beispiel ein paar Diamanten und hier, jetzt habe ich das hier weggemacht, egal. Und hier habe ich dann oben halt so eine Leiste gemacht und so. Ja, kann man hier so auswählen und so kann ich hier bearbeiten. Nehme ich jetzt einfach mal so ein bisschen, ähm, machen wir den Skin mal einfach, mal einfach blau. So, zack, 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 zack. So, jetzt haben wir hier einen blauen Skin. Ja, und so habe ich halt den ganzen Tag davor gesessen. Oder zum Beispiel machen wir hier so ein bisschen heller. Das ist halt ein Fotobearbeitungsprogramm, mit dem ich das hier gemacht habe. Ja, oder zum Beispiel hier Remove Noise, dann haben wir hier kein Ding ist mehr drin. Wie heißt? Kein, ähm, ja, keine übertriebenen Pixel mehr. So macht sich das halt dann Smooth zum Beispiel. Aber das war auch eigentlich nur ein kleines Vorstellungsvideo zum neuen Kanaldesign von der LP Garten. Ja, und, ja, mal gucken, wie ich das hier oben hinkriege, dass gezeigt wird. Bis dann. Ups. Bis dann.